Musik Heute sind wir zu Gast bei der Volksbank im Bergischen Land. Ein besonderes Jahr, denn Solingen und Remscheid feiert 100 Jahre und die Kollegen aus Wuppertal sogar 150 Jahre im kommenden Jahr. Und das soll besonders gefeiert werden und ich habe die Vorstände bei mir, Andreas Otto, Lutz-Uwe Magnai und Hadi Burdach. Und Herr Otto, wenn ich mit Ihnen anfangen darf, besonderes Jahr für nicht nur die drei großen Stritte, sondern das ganze Bergische Land der Volksbank. Wie wichtig ist das? Es ist ein ganz wichtiges Datum für uns oder zwei Daten. Ist ja ungewöhnlich, dass wir zwei Jubiläen feiern. Wir sind einmal mit der alten Volksbank Remscheid-Solingen jetzt in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Im nächsten Jahr wird die alte Kredit- und Volksbank 150 Jahre alt, sodass wir gesagt haben, wir wollen jeweils ein halbes Jahr Jubiläum feiern. Dieses halbe Jahr in 18, das erste Halbjahr dann in 19, um dann so einen runden Geburtstag für beide Institutionen zu feiern. Das ist uns wichtig und es geht ums ganze Bergische Land. Es geht nicht nur um die drei Bergischen Großstädte, sondern es geht, wir sind in 14 Städten unterwegs und in jeder Stadt werden wir dieses Jubiläum Gebühren feiern. Aber das Interessante ist, wenn man noch ein Datum hinzufügt, 1927 Remscheid gegründet, also man hätte fast zwei Jahre dann feiern können. Aber wie wichtig ist es, dass man den Kunden bewusst macht, dass die Volksbank im Bergischen Land ein Traditionsunternehmen, eine Traditionsbank ist? Ja, ich glaube, das wird gerade in der heutigen Zeit wieder wichtig. Wir sprechen immer über Globalisierung, wir sprechen immer über große Themen. Aber es wird auch Heimat wieder wichtig, es wird die Region wieder wichtig. Wir fühlen uns ja alle wohl im Bergischen Land. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man klar macht, man hat Traditionen, man steht auf dem Boden der Bergischen Wirtschaft, der Bergischen Gesellschaft. Aber wir sind natürlich auch modern ausgerichtet, wir sind in der Zukunft unterwegs. Und diese ungewöhnliche Situation in zwölf Monaten von 100 auf 150, das ist ja auch wirklich was ganz Besonderes. Und ja, dem wollen wir mal Rechnung tragen. Wir wollen also nicht nur feststellen, dass wir früher gut waren. Wir wollen auch feststellen, dass wir heute gut sind und dass wir in der Zukunft auch gut sein werden. Und das ist natürlich das Wichtigste an der ganzen Sache. Und wenn ich zu Ihnen komme, Herr Burndach, die Wuppertaler sind sozusagen die ältere Schwester hier im Bunde. Wie wichtig ist es denn in diesem Zusammenschluss, den es ja gegeben hat, dass man jetzt eine Volksbank im Bergischen Land hat, dass man aber trotzdem diese beiden Feste 100 Jahre und 150 Jahre dann feiern kann? Ja, also schon sehr wichtig, wenn man nochmal zurückgeht. Also die ehemalige Kredit- und Volksbank ist ja aus dem Spar- und Darlehensverein zum Heiligen Josef hervorgegangen. Und es wären im nächsten Jahr 150 Jahre, aber es geht jetzt nicht darum, wer ist die ältere Bank, sondern wir feiern jetzt das 100-Jährige, im nächsten Jahr 100-Jähriges. Und wenn man das nochmal jetzt überspitzt betrachten möchte, wir haben ja auch ein Jahr Fusion. Und da steht, denke ich mal, am Vordergrund, jetzt gibt es die Volksbank im Bergischen Land. Und da sind wir auch weiterhin in die Zukunft positiv gerichtet. Und das ist das Wichtige, glaube ich, dass man herausstellt im Bergischen Land. Es geht nicht nur um Wuppertal, es geht nicht nur um Remscheid und Solingen, sondern die ganze Region. 14 Städte sind es. Was war die Konzeption? Was ist die Idee dahinter, zwölf Monate Veranstaltungen zu machen? Ja, die Idee ist einfach, alle Kunden und alle Mitarbeiter mitzunehmen bei dieser Jubiläumsfeierlichkeit, muss man ja sagen. Und wir wollen nicht eine besondere Feier machen, die nur natürlich wie immer dann nur wenigen Leuten zugute kommt, sondern wir wollen in der ganzen Breite feiern. Wir werden in jeder Filiale, in jedem Monat besondere Aktionen haben. Wir werden auch das soziale Engagement in diesen nächsten zwölf Monaten nochmal deutlich verstärken. Und ich glaube, das ist ja das, was wir Hilfe zur Selbsthilfe, Friedrich Wilhelm Reifeisen, ja auch 200 Jahre alt geworden in diesem Jahr, ist ja unser Pate quasi, der für diese Idee der Genossenschaftsbanken steht. Und das wollen wir auch traditionell dann auch so umsetzen mit unseren Kunden, Mitgliedern und Mitarbeitern. Also noch mehr Feste eigentlich, die man feiern könnte. Gibt es irgendwelche Highlights oder Aktionen, die man trotzdem benennen könnte oder sollte? Ja, das kann man in der Tat. Es geht zwölf Monate lang, feiern wir mit unseren Kundinnen und Kunden, mit der jeweiligen Bevölkerung. Und es ist uns eben total wichtig, dass man erkennt, eine Volksbank ist eben halt für alle da. Und das wollen wir auch deutlich machen. Also wir haben auch schon ganz populäre Sachen. Ja, überraschenderweise ist ja die Fußball-Weltmeisterschaft jetzt direkt vor der Haustür. Ich hoffe ja, wir kriegen den fünften Stern zusammen und das wollen wir natürlich miteinander begehen. Wir haben also eine ganze Reihe von Fußball-Events. Das geht jetzt eigentlich auch los. Seit vielen Jahren machen wir ja mit unserem Herrn Kappel, einem unserer Mitarbeiter, immer so einen Fußball-Talk. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Und wir werden so kleinere Veranstaltungen in jedem Filialbereich haben. Das ist mal so Nummer eins. Wenn ich Nummer zwei nochmal sagen darf, ein bisschen was aus dem Herbst. Es ist natürlich schon so, Weltspartag, Weltsparwoche, das ist ja so ein bisschen was Ursprüngliches, was mit Banken zu tun hat. Das wollen wir natürlich auch groß feiern in diesem Jahr, wobei groß feiern bedeutet, wir wollen das immer mit den Kolleginnen und Kunden gleichermaßen vor Ort feiern. Wir wollen eben nicht irgendwo etwas, wo man im feinen Zwirn Abendgarderobe und Fliege erscheint, sondern wir wollen so sein, wie wir sind. Und wir gehören zum Bergischen Land, wir gehören zu den Kundinnen und Kunden und ja, das soll auch deutlich werden. Und das soll auch dann rüberkommen wahrscheinlich. Und wenn man nochmal dazu kommt, in den Filialen, wie wichtig ist es, dass sozusagen die Mitarbeiter einerseits das Gefühl haben, ja, bei uns wird passiert was. Und dass die Kunden das auch dieses Gefühl haben, ja, es passiert was in den jeweiligen Filialen. Ja, 24 Filialen in 14 Städten und dementsprechend, Herr Otto hat es ja eben schon ausgeführt, es wird nicht eine große Party geben, sondern wir werden das im gesamten Geschäftsgebiet machen. Und da werden wir natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen mit einbeziehen, dass es halt regional unterschiedliche Events gibt. Und dementsprechend sind die Mitarbeiter in den Filialen auch immer hautnah vor Ort damit dabei. Und wenn die Leute sich informieren wollen und wissen wollen, was, wann, wo geschieht? Auch wir sind eine moderne Bank, Homepage, Internet, da werden alle Dinge frühzeitig dann bekannt gegeben und sodass alle auch rechtzeitig informiert werden, wo welche Aktionen dann in der Zukunft stattfinden bei uns. Bisschen analog, Herr Schauturi geht natürlich auch. Wir werden noch ein paar Plakate aufhängen, Flyer ausliegen haben und die Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Geschäftsstellen freuen sich, die Kunden einzuladen und auch zu erklären, wann wir was machen. Also seien Sie gespannt, wir sind es auch und wir freuen uns und wir hoffen, Sie auch zu sehen auf unseren Events. Ja, also wir werden auf jeden Fall das eine oder andere mal wahrscheinlich vorbeischauen. Dankeschön den Herren für dieses Gespräch. Also die Volksbank im Bergischen Land mit einem besonderen Fest. Es dauert zwölf Monate, es wird einerseits hundertjährig gefeiert, Remschald-Solingen und 150 Jahre Wuppertal. Aber jetzt gehört es zusammen, es wird eine große Feier geben und die dauert zwölf Monate. Vielen Dank.